Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch in dem Video so ein bisschen erzählen, was euch im Dezember auf meinem Kanal erwartet. Auf jeden Fall gibt es ganz, ganz viele DIY- und Backvideos. Zum einen zeige ich euch Sachen, die ich mit Vince selber mache, Deko. Ich zeige euch aber auch Weihnachtsgeschenke, die ich noch selber machen werde. Und ich mache bei vier Weihnachtsaktionen mit, bei zwei Wichtelaktionen. Die eine Wichtelaktion ist unter YouTube-Mamas und die andere Wichtelaktion ist mit ganz lieben Freunden von mir. Die machen ganz, ganz unterschiedlichen Content, machen alle aber einen wunderschönen Content. Und das heißt, ihr könnt auch viele neue Kanäle entdecken. Da gibt es wie gesagt Ende Dezember dann zwei Unpacking-Wichtel-Videos von mir und ich mache bei zwei Adventskalendern mit. Der eine Adventskalender ist mit fünf Freunden von mir. Wir sind also zu sechst und jeder von uns macht vier Videos für euch und die sind super, super bunt gemischt. Zum einen, weil wir alle einen unterschiedlichen Content auf YouTube machen, aber auch so wollen wir euch natürlich Abwechslung bieten. Also auch da ist DIY dabei, da ist Backen dabei, da sind aber auch Musikvideos dabei und da sind Tipps und Tricks zur Weihnachtszeit dabei. Also wirklich auch ganz, ganz unterschiedlich. Die Leute, die bei diesem Adventskalender mitmachen, die verlinke ich euch schon mal unten in der Infobox. Da könnt ihr nämlich schon mal fleißig auf Abonnieren klicken, damit ihr da auch keines der Videos verpasst. Und der andere Adventskalender, das ist glaube ich so das Mega-Ding für euch, den mache ich mit 23 anderen YouTube-Mamas. Und an jedem Tag könnt ihr etwas gewinnen. Also bei jedem Türchen, bei jeder Mama könnt ihr etwas Tolles gewinnen. Und am 24. gibt es dann nochmal den riesengroßen Gewinn. Da könnt ihr nämlich ein Fotoshooting für euch gewinnen. Dazu müsst ihr aber alle der 23 vorangegangenen Videos schauen. Denn da sind dann immer Buchstaben versteckt, die ihr für das Lösungswort unbedingt braucht. Also wie gesagt, ihr könnt 23 mal was gewinnen und am 24. nochmal richtig groß abstauben. Die Mamas, die da teilnehmen, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Da könnt ihr auch schon mal auf Abonnieren klicken, damit ihr sofort ab dem 1.12. an den Gewinnspielen teilnehmen könnt. Ich bin nämlich erst am 21.12. dran. Und was es auf meinem Buchkanal jeden Adventssonntag für euch gibt, das seht ihr jetzt. Da staunte der Oberweihnachtsmann nicht schlecht und ernannte ihn zum Weihnachtsmann der Tiere. Bravo, riefen die anderen Weihnachtsmänner und ließen ihn hochleben. Dreimal. Seitdem ist der kleine Weihnachtsmann genauso wichtig wie die großen. Bruno Horst Bull, am Tag vor Weihnachten Nur noch einmal wird es dunkel, nur noch einmal wird es Nacht Wird es wieder Abend werden, hat Knecht Ruprecht was gebracht Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr auf den Dezember und auf die Videos, die da kommen werden. Ich habe da schon richtig Lust drauf, habe auch schon vieles für euch fertig gedreht. Ich freue mich auf die ganz vielen Kooperationen mit den anderen YouTubern und ich bin gespannt, wie die Adventssonntagsbuchvideos bei euch ankommen. Ich hoffe, das kleine Informationsvideo hat euch gefallen. Dann schreibt mir gerne einen Kommentar und wir sehen uns dann im Dezember wieder. Bis dahin. Tschüss. Ich dachte, es wäre noch ganz cool, wenn ich euch zeige, was es am 21. Dezember bei mir zu gewinnen gibt. Und zwar sind es diese Holzbausteine von Formknall. Wir haben selber schon welche, wenn es für sie super toll. Und das Video dazu, das verlinke ich euch gerne nochmal unten in der Infobox und in den Infokarten. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020